Hey Leute und seid herzlich willkommen zum zweiten Teil des Hype-Pixel Skyboard Guides. Ich zeige euch heute, was so passiert, wenn ihr auf eure Insel kommt, wie das Zeug hier funktioniert und was ihr denn mal so als erstes machen sollt. Ich bin hierzu mal auf mein Coop-Profil geweselt. Man kann nämlich einzelne Profile wesen innerhalb des Spiels, man kann einzelne Inseln wesen, man kann mehrere Inseln auf einmal haben. Man kann allerdings nichts zwischen den Inseln austauschen, das ist nur schon mal so. Ja jedenfalls, ich bin jetzt hier nicht auf meiner Insel wie die letzten Folge, wo ich die gemacht habe, sondern ich bin jetzt hier auf dem Coop-Profil mit dem nebenfuhr. Ich spiele hier grundsätzlich nicht drauf, aber es ist einfach so, dass er mit meinem Account hier halt spielt und ich eben ab und zu auch mal noch hier drauf bin. Ja, und ich finde das ist eine sehr gute Insel, um das zu zeigen, denn die steht noch relativ am Anfang. Denn wenn ihr anfängt zu zocken, habt ihr dieses Hub-Portal auf eurer Insel. Ihr habt eine separate Insel, wo ihr hier drüben, wo ihr glaube ich spawnt dann und eigentlich nichts anderes. Ihr habt noch eine Anfängerkiste, die befindet sich hier unten, kann ich euch auch noch schön zeigen. Vorher habt ihr schon zugebaut. Ja, ihr habt so eine kleine Insel, das hier wird alles schon gebaut sein und das ist alles schon gebaut. Und dann habt ihr unten diese Kiste, wo es ein paar Start-Items drin hat, wie zum Beispiel ein Wassereimer, ein Dava-Eimer. Ja, was hat es da noch drin? Ja, so gewisse Dinge halt, die man am Anfang gut gebrauchen kann. Bohnenmehl zum Beispiel auch noch. Eben einfach gewisse Dinge. Und es ist ganz wichtig, erstmal so den Grundsatz von Hyper-Visor Skyblock zu verstehen. Es geht nicht darum, dass ihr einen Cobblestone-Generator baut und dann alles aus Cobblestone irgendwie baut. So, wie es in Minecraft Vanilla ja eigentlich ist. Also es ist nicht wie Vanilla Skyblock, wo man wirklich alles selber irgendwie machen muss, sondern man kann hier theoretisch an alles kommen irgendwie. Also man kann auch Enderdrachen und solche Dinge machen, ja. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Und das ist auch das, was eben die Leute wahrscheinlich zum hypischsten Skyblock auch so sehr hypt, dass sie so viel machen können. Ja, ihr habt diese Insel am Anfang, ihr habt und ihr habt das hier, ja. Ihr fragt euch jetzt fragt, was ist das hier? Das ist ein Cobblestone-Minion. Das ist so gesehen euer Cobblestone-Generator. Ihr werdet noch eine separate Folge, nur speziell über Minions machen, irgendwann noch. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal, weil das werdet ihr von Anfang an auf eurer Insel haben. Und dieses produziert im Prinzip einfach nur Cobblestone. Wenn ihr oben drüber fährt, dann könnt ihr sehen, es braucht immer 10 Sekunden, um einen Cobblestone zu generieren und dann nochmal 10 Sekunden, um ihn wieder abzubauen. Also pro 20 Sekunden produziert das hier einen Cobblestone. Und ganz wichtig, dieses Minion, das funktioniert auch, indem ihr offline seid, ja. Also es läuft auch, indem ihr gar nicht auf der Insel seid. Das läuft immer, das provoziert so gesehen immer. Natürlich aber auch nur so lange, wie es Platz hat hier in der Insel drin. Aber wie gesagt, es wird noch eine Folge kommen, nur speziell zu Minions dann irgendwann. Was ihr auch auch haben werdet, und da werdet ihr wahrscheinlich spawnen, oder werdet beim Spawnen bei euch sein, das ist der hier, dieser Villager, der Cherry. Und der informiert euch nur so ein bisschen über die wichtigsten Dinge, wenn es zum Beispiel ein neues Update gibt, oder eben kann man jetzt zum Beispiel hier sehen, Patch Notes, dann seht ihr hier alle Updates, bei welchem Update was dazu kam. ETC, finde ich, ist ganz gut. Dann habt ihr hier, äh, Deliveries. Das ist eigentlich, äh, dazu gedacht, dass falls irgendwann mal Quests oder so abgeschlossen werden, dann die Items recht hier reingehen. Ähm, ja. Problem ist nur, Hypixel hat das bisher irgendwie noch nie fertig gemacht, richtig, oder das gibt es auf jeden Fall noch nicht. Das funktioniert noch nicht. Und dann auch ganz wichtig, falls ihr mit Freunden spielt, die mal ab und zu auf eure Insel kommen, oder falls ihr mit Leuten Dinge austauschen wollt, Visits and Guesting. Ihr könnt ja einstellen zum Beispiel, wer auf eure Insel darf, oder ob alle auf eure Insel dürfen, oder ob ihr eure Insel geschlossen haben möchtet. Also, dass zum Beispiel niemand euch besuchen darf auf eurer Insel. Oder eben ganz wichtig, ja auch eben zum Beispiel, wie viele Leute auf eure Insel kommen können. Ich habe jetzt den MVP++-Rang, also den höchsten Premium-Rang, den es gibt. Bei mir können jetzt zum Beispiel sieben Leute auf die Insel kommen. Wenn ihr kein Premium habt, also Default, steht da gleich 1, bedeutet ihr könnt maximal jemand auf eurer Insel als Gast haben. Genau, in dem könnt ihr zum Beispiel auch bei den Access-Permissions, äh, könnt ihr auch Leute zur Ignore-Liste hinzufügen. Also wenn ihr sagt zum Beispiel, ja, es dürfen mich alle besuchen auf meiner Insel, außer jemand, den wir jetzt nicht auf meiner Insel haben, zum Beispiel den Multi. Da könnt ihr einfach slash ignore-add und dann den Minecraft-Username dahinter schreiben, dann dürfen die euch nicht mehr besuchen. Ist ganz hilfreich, wenn ihr irgendwelche nervigen Leute auf der Insel habt. So, und wenn ihr gerade da beim Thema sind, beim Thema nervig, Leute, die euch besuchen, also Leute, eben Gäste, die euch auf eurer Insel hier besuchen können, die können euch nichts machen, ja, die können nichts abbauen, die können euch keine Items klauen oder so, die haben keine Zugriff auf Kissen, die können einfach nichts machen. Die können einfach nur besuchen, können mit euch als Spieler interagieren und können halt eure Insel anschauen. Aber sie können nichts machen, ja, Gäste können absolut nichts machen, Gäste, vor denen müsst ihr ja keine Angst haben, die können nicht grieven oder so. Ist ja schließlich auch nicht grieven für Games, dieser Server hier, ne. Ganz wichtig hierzu ist auch noch zu sagen, ihr habt am Anfang, ja, wie bereits vorhin angestellt, zwei separate Inseln, wenn ihr auf eure Insel kommt. Ihr habt hier diese Insel mit dem Hub-Portal und ihr habt halt da drüben noch eine zweite Insel, die sind voneinander getrennt am Anfang. Also ihr müsst am Anfang erst den Baum abbauen, ihr habt am Anfang einen Baum auf eurer Startinsel, müsst damit sowieso ein Bretter machen und euch rüberbauen hier rüber, weil ihr spawnt eigentlich da hinten irgendwo und ihr müsst auch dann hier rüberbauen zum Hub-Portal, respektive zum Cobblestone-Minion, das wird auch hier hinten stehen, soviel ich weiß. Ah, das steht beim Portal, genau. Ja, ihr müsst auch erst zu dem rüberbauen halt so und dann sowieso in eure beiden kleinen Mini-Inseln erstmal verbinden. Ja, die Inseln sind jetzt schon längst verbunden, wie man sehen kann. Und ja, dann gibt es eben dieses Hub-Portal hier, na. Ihr werdet am Anfang nicht im Hub spawnen, ihr werdet am Anfang direkt auf eurer Insel spawnen. Und wenn ihr ins Hub-Portal geht, dann äh, ja, uff. Erstmal ganz viele Spieler, ganz viele NPCs, die irgendwie wollen, dass man auf sich draufkickt und die irgendwas von euch wollen und ganz viel Wegweiser, wie zum Beispiel Kohlemine, Farm und hier haben wir nochmal hier einen Leo, der auch was von uns will. Und ja, ihr seht hier, na, da gibt es Leute, die gerade einkaufen und so und es gibt Leute, die machen ganz viele Dinge. Ja, dieses Hub hier, das ist groß, hier gibt es viel zu sehen und darüber werden wir uns in den nächsten Folgen unterhalten, respektive ich werde euch in den nächsten Folgen zeigen, was ihr hier machen könnt. Aber erstmal zurück auf die Insel und bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge.